Einfach so? Einfach so. Darf er das? Bestimmt. Von unten nach oben oder von oben nach unten? Schnell, 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 schnell. Von oben nach unten. Ja okay, dann gehe ich von Mitte nach unten. Andere Seite vom Steinbruch landen, welche aber glaube ich nicht im Steinbruch selber? Ne. Oder unten an der Stadt oder was hat das? Den Glück auf, ne? Ja. Dir auch. Danke. Nimm. Nimm. Oh, ho, 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 ho. Hier saßt du, warst du schon? Ich bin einfach nur straight nach unten gelaufen. Deswegen kann ich dir das nicht genau sagen. Ist auch ein Geheimnis. Aha. Ist das so? Honigkuchenpferd? Das hat damit nichts zu tun. Lass das Honigkuchenpferd raus. Ich verschritte hinter mir. Ich glaub, das ist ein Mitspieler von mir. Ich glaub, ich schieß mal drauf. Hier ist der Thompson. Ja, grüß ihn. Hey, Thompson. Ich soll dich grüßen von... Ey, grüß mich mal am Livestream. Wen soll ich denn grüßen? Mich. Hiermit grüße ich mein Teammitglied. Chris X. Den Namen wollte ich jetzt nicht sagen, bevor es dazu verwechseln kommt. Äh, was? Ja. Oh, du hast ein Druck auf dem Herz, ne? Kann das... Er trampelt auch hier rum, ey. Und was kommt das? Was, du? Druck auf dem Herz? Ja. Hast du dich falsch gegessen, oder? Am Energy-Jahr liegt's ja wohl nicht. Nein. Schmerz. Also, sowas würde ich auch nicht trinken, aber... Nein, nein, nein. Booster getrunken und Energy dazu. Tatsächlich, heute. Ja, dann merkst du auch selber, woran das liegt, oder? Mimimimimi. Binst du alt für so ne Späße hier? Ja, stimmt. Alter, Sack. Wo kriegt man eigentlich ein neues? Ein Herz? Ja. Beim Doktor. Muss man einen Tschechien anrufen, ne? Weiß ich nicht. Ich hab mich da noch nicht drum gekümmert. Ich hab mich da... Okay. Ich kümmer mich, ich kümmer mich drum, wenn es soweit ist. Bist du eigentlich ein Stier? Ne, du? Ne, ich... Ich bin Löwe, das heißt. Ach so. Äh... Ich glaub, ich besuch dich nie wieder. Okay. Ich möchte dich mit einem Löwen in einem Raum sein. Da kommt ein Fahrzeug. Ey, das bist du. Du verziehst... Sonstionierst du es hier rum, so. Was machst du da eigentlich? Warum haben Elfen fünf Beine? Was weiß ich? Ähm... Das ist, weil sie ihren Feen stoppt und besser ausscheißen können. Was? Du hast gefragt. Jetzt fragt er dir einfach sowas. Wie geht's eigentlich, äh, Wolfgang? Keine Ahnung. Ich rutsch hier gleich runter. Deswegen hab ich Angst, dass du mir nicht überfährst. Ich rutsch hier gleich runter. Deswegen hab ich Angst, dass du mir nicht überfährst. Oh, hier ist ja echt nichts an gutem Loot, ne? Hallo. Nein. Ja, ich find wir sollten weiter, oder? Ne, die Zone und so. Ja. Ja. Wird ja sonst die Zone entgeht. Ja. Ja, okay. Wir haben einfach mit Absicht rübergegeben. Ja, wir sollten weiter. Bevor uns die Zone geht. Ah, hm? Bevor da etwas Schlimmeres passiert jetzt. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Das war ich nicht wieder noch wahr, ey. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Ich. Vollding. Allein schon. Ich. Ich. Wo bist du? Da bist du. Was machst du da? Hast du ein Auto? Nein. Ja, verdammt. Komm. Was? Was wolltest du machen? Willst du da runtersprengen? Achso, ja. Das hab ich auch probiert. Mit ner Rauchgranate. Mhm. Das hat leider nicht funktioniert. Nein. Och, ich hasse das hier runter zu fallen. Immer das gleiche. Wer ist das denn? Was? Wer ist das denn? Wer in TS reingedroint ist? Wer kommt denn? Keine Ahnung. Swag auf, auf geht's. Ach, Max. Maxchen. Wer ist, wen, wen ist, wer ist Maxchen? Max. Max. Max Schoko. Sag doch Schoko. Aber weißt du, wer gemeint ist? Ich kenn mehrere, Max. Du bist du gar nicht. Du auch? Max 1, Max 2, Max. Ich hab fast was, wie die eingespeichert sind. Ach Quatsch. Schön. Ich hab 120 Schuss Fünfer, aber keine Waffe. Okay. So geht's mir in der Schule auch immer. Also Rucksack und Tasche voller Munition, aber keine Waffe. Psst. 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 Vielleicht wird dir die Tür eingetreten, ey. Ja, aber die Frage ist von wem. Ich hatte eben sechs Hilfs. Schön. Ich auch. Okay. Schön, dass da vorne Motorrad steht. Schön, 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 schön. Aber so mal unter uns, ne? Ne, was? Du bist ja jetzt, ne? Mal unter uns beiden. Du wusstest, warum du das Auto nicht fährst, ne? Ja. Ah, hier ist keine Tür. Wie hast du mich genannt? Tür. Hörst du mir nicht zu? Okay. Ruppa, Ruppa, Reuter. Wenn er fällt, dann schleuter. Schleuter in den Graben, dann... Wer ist denn in die Graben? Knapsen, in die Raben... Oder die Stiefmütterchen, ich weiß das nicht. Was zum Teufel hast du vor? Wollte ich vor. Durch die Halle. Ich glaube, unser Mommot hat Fehlzimmer. Der Moppe durch den Wald. Oh! Oh! Das war ja noch gut. Ja, ja, ja. Aber der nächste Stand ist unser. Ich bin ja eigentlich als Fahrer. Ja, genau. Vor allem, weil jetzt hier Hubbel kommt. Und dann noch ein Hubbel. Und dann der Abgrund. Hup! Hup! also für sowas kannst du mich ruhig mal loben was jetzt du bist nicht gestorben ach so ich lobe dich fürs nicht sterben gut merke ich mir dafür verprügel ich dich nächstes mal wenn wir wenn wir sterben also so war es jetzt auch nicht gemeint ja wenn ich schon in eine richtung so positiv sein soll dann muss ich auch in die andere richtung ist ein 16 ich möchte keine 16 danke das war ein bisschen ekelig gerade ein hut hast du ne er hat sogar drei ecken ein hut ein stock ein regen schön hier ist eine tür zerschossen glaube ich dass sie zerschossen ist ich bin mir nicht sicher könnte auch nur die bombe sein aber hier auf der anderen seite wurde gelootet ja ich komme mal hin und gekämpft irgendwie ich sehe zwar keine leichen aber wir sind zwei türen zerschossen so ja 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 ist auch gelootet worden sind eigentlich nach hier glaube ich könnte sein hören tue ich nix na dann tower scheint auch keiner zu sein und die schon ausgepeakt zu gucken ob da was los ist ja 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 gut Mensch nochmal ja 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 kommen wir noch mal hin ich weiß ich weiß gerade nicht also was ist denn vor dir? vor dir ist Wald du meinst du links von uns? ne vor uns geld markiert so ja 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 können wir mal hin gucken ob keiner guckt dann Petri Heil ja und kluck auf und der Berg ruft ja Staffel 7 Folge 3 ist durch achso ist schon so weit morgen wird der rechts geschafft oh hier ist auch gelootet auf den Spuren der Looter verfolgen sie uns auf unserer spannenden Suche von Lootern nach der Suche nach der Looter äh Looter ich brauche so einen Erzähler für den Stream hier ist ein Buggy wollen wir den gleich neben und abhauen du brauchst einen Erzähler? ja so einen Erzähler was ist von beim Discovery Channel achso herzlich willkommen heute in der wunderbaren Welt der Gamer heute berichte ich Ihnen von einem Phänomen das nennt sich NU NU wo ist denn die Gamer? wo ist denn weg? irgendwo links da wo ist da? äh ja hallo ha jetzt sehe ich nicht mehr ist egal oh god NOW zwischen also ? ? ? ? ? ? Das ist ein Moment, brav. Das ist ein Moment. nix scheiße hat er nicht gesagt doch hat er was schubst der Buggy einfach das Motorrad um Böser Buggy, schäm dich da wartet hier unten wird geschossen scharf dahinter da zu den Häusern da vorne da da Auto hallo da wollte ich absteigen die fahren weiter oh Schüsse auf mich ich glaub vom Berg aus ja ja beim Stein hier hinten tot ernsthaft ja also einer ne ja mal ein Einzelner aber es sind noch welche ich hab dich zweimal schießen hören waren beides Helios oder was mhm das kann aber nicht angehen ey you know me oh Lackschotter hä was kannst du das nicht mal glauben äh Lackschotter ah die laufen jetzt dahin zu meiner zu meiner zu da in der Leiche oh hätt's doch bewartet dann hätt ich doch mit geschossen beim Stein ja ich hab ihn gesehen ist keiner im Haus oder so nö oh wenn Alex sitzt hier wäre der wäre da einfach im Gerand ah jetzt traut er sich da nicht raus oder was er muss aber jetzt in die Zone laufen ah da ist noch einer rechts läuft zum Baum hin seh ich leider nicht läuft weiter seh ich tatsächlich da direkt dahinter die müssen hierher ähm wir müssen aber auch weg ah fuck die müssen doch nicht hierher doch die müssen hierher aber wir müssen auch ein Stück weiter ja zwei zwei Schüsse hat er abgekriegt aber immer noch hinter dem Stein läuft jetzt hoch einer einen hab ich hochlaufen sehen äh wir müssen hier eigentlich weg ja komm ja ich komm nicht rauf so jetzt hübs alter von wo hehehe na warum hehehe huch um hier war mir gerade oder hier liegt ne ach ne ich wollte ganz sagen ne KSK aber stimmt gar nicht SKS meinst du SKS das auch das noch zusätzlich weißt du noch dein Pistol kill hier? hm ja das war ne nebelrunde das weiß ich noch das weiß ich noch kenn ich nicht das war ein Video ne? mal zu hm hm alter ich bin so schlecht equippt ich auch schon wieder näher ja 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 geht jetzt fix ja gleich die nächsten schon her kommen ne? ne ich hab die Befürchtung das ist schon ziemlich harte Endzone hier ja ohja ohja und nur 15 am Leben und alle anderen sind besser gekippt es wie das weiß ich noch nicht reinlaufen sehe ich keinen jetzt aufs Haus zu laufen oder so hm noch nicht wir müssen auch weiter hm ja weiter ist es hinterm Haus wir können noch ein bisschen warten ob da noch einer kommt oder nicht und Autos kommen von hinten hinterm Haus ja er hat sich hier gedreht fährt Briefenschule runter oder Richtung Häuser runter hm schade der kommt jetzt mal war ah ich weiß es nicht ich glaub nicht ne ich hab keinen über aber ich brauch ihn grad nicht ok steht da einer auf dem Feld steht da einer auf dem Feld vor Gott sag ich dachte da steht einer auf dem Feld na wie lange überlebe ich wenn ich so rum stehe hm test 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 nennt da noch ein Mikrofon an hallo hallo er schießt mich ähm von hinten äh 130 leider keine Sicht ja muss herkommen 130 da hinterm Stein hinterm Baum oder wo hinterm Baum hinterm Baum der der einzeln der dickere rechts neben dem Stein nein weiter hinten jetzt in der weg jetzt weg jetzt läuft er ich seh ihn leider nicht alter erstens erstens ist es 120 gewesen hm hm soll ich mir den noch holen äh nein hm da hat er alles was ich brauch hm Schoko von oben von oben ausgenockt warum seh ich denn keine Leute heute äh 230 direkt aber nur ausgenockt da hinterm Baum brennt immer noch ist jetzt 240 hinterm Baum hat Kills bekommen ich hab ihn gekillt ist er tot hinterm Baum ja wenn das der war ja ich weiß nicht ob es der war doch mal hin das sieht so aus da also ein Baum weiter war noch einer ja genau ok den kannst du hol dir den ok das klar ja der ist tatsächlich tot 3er weste nice unten ähm oh scheiße ich brauch das ich brauch ein Visier hier ist 4erascope noch drin nein 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 hier äh unten äh äh Richtung Westen genau ein Baum ich schieß scheiße ich muss hier weg ein ausgenockt und ich muss laufen oh ich werde jetzt ich werde hart gehittet ich hab ich hab seinen teammate gekillt er schießt jetzt auf mich oben weiter oben komm ziehst du ihn? nicht ne? doch aber hier sind noch zu viele Leute lebend kannst du herkommen? ja ich bin ja schon unterwegs kannst du vorbeischauen? ja ich guck die ganze Zeit um mich rum hier hast du was zum wiederbilden? ja 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 wo bist du Hund wo bist du Hund? B пит Was ist das? ist der letzte ist der letzte das ist bei mir hier oben schweißgranate ich bin ausgedockt holst du uns in dir schweißgranate verdammte axt ich bin da alter